Die Partnereinbindung im Entscheidungsprozess, was die Sehfehlerkorrektur betrifft, ist immer eine gute Idee. Ein Partner kann unabhängig einen zusätzlichen Rat beifügen, was er von diesem Zentrum hält, wie der Partner sich auch in diesem Zentrum fühlt. Deswegen ist es immer eine gute Idee, dem Partner zu einem Beratungsgespräch oder zu einer Voruntersuchung mitzunehmen, um danach später zusammen zu diskutieren, wie die Eindrücke sind und oder wie die Entscheidung getroffen werden sollte. Ich lade Sie herzlichst ein, unser Team persönlich zu kontaktieren. Während des ersten Gesprächs können Sie erste Fragen stellen und Sie können auch den ersten Eindruck gewinnen, wie wir mit dem Patienten umgehen und was Sie bei uns zu erwarten haben.